Und wie er es schon angekündigt hat, ich biete auf die Bühne Dr. und der Konstantina Rösch, mit der wir heute alle hier sehen. Danke. Ja, grüß euch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Der Tag gebührt euch nicht mehr. Weil wir sind alle nur Einzel. Aber ihr seid ganz viele. Ich bin einer, aber ihr seid viele. Und ich werde oft gefragt, ja was kann man machen als Einzelner. Jeder ist nur Einzel. Aber wir sind viele. Und ich danke euch wirklich für den Zuspruch, denn ich kriege das ermutigt. Mich auch, weil es ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach, Menschen zu treffen, die noch alle Tassen im Schrank haben. Ich möchte jetzt auch noch grüße an den Pär Eifler, der in der Obersteiermark ist. Jetzt bin ich vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert. Also er hat es nicht geschafft zu kommen, weil er ganz viel um die Ohren hat. Aber wir grüßen dich Pär und wir sind in Gedanken auch bei dir, weil was da passiert ist mit dir ist eine Sauerei und du bist total stark und gefestigt. Aber ich habe gesehen, wie dir das angegangen ist. Aber wir stehen alle hinter dir und wenn du etwas brauchst, ich bin mir sicher, jeder Einzelne darf. Da kann es Sinn kommen und wir lassen dich auf gar keinen Fall stehen. Ich glaube, wir müssen ja alle ungefähr drei Kürze Sachen wissen, die wir lieber machen, denn auf irgendeine Demonstrationen umeinander zu rufen. Aber das ist das, was aus unserem Inneren offensichtlich rauskommt. Weil ich wäre schon öfter gefragt, was kann ich tun? Und dann sage ich immer, ich weiß nicht, ich mache das, was aus mir rauskommt. Und ich glaube, wenn jeder das macht, was irgendwie so in die Miesung raus will, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Ja, heute ist schon viel über die Masken gesprochen worden, aber ich möchte jetzt auch über die Masken sprechen. Also wollen, holens, holens. Liebe oder nicht liebe Maskenträger, ihr seid das Problem. Mit Verlaub. Das Problem ist nicht eine Verordnung oder ein Gesetz oder ein Erlass, sondern das Problem sind die, die es blind befolgen, die vielleicht gar nicht einmal nachlesen, was da drinnen steht. Die Maske ist ein Symbol, das hat die Regierung ja selbst schon gesagt. Ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr darüber zu unterhalten, dass eine dieser dreckige Betzen, anders bezeichne ich es nicht mehr, eine Barriere für Viren dasteht. Also jeder, der das behauptet, ist entweder falsch informiert oder er informiert falsch oder vielleicht drückt auch. Also die Sache ist sowieso vom Tisch. Also wozu ist das Teil dann gut? Es ist ein Symbol und sonst ist es nichts. Aber ich werde es jetzt einmal ein bisschen von der naturwissenschaftlichen Seite aufrollen. Das hat einen Grund, warum der Mensch abatmet. Warum wir alle ins Freie atmen. Wir atmen Kohlendioxid, CO2 ab. Das hat einen Grund. Und wir atmen auch Mitoorganismen meistens ab. Und das hat auch einen Grund, weil die Faltern irgendwo unter und denaturieren und sind, sofern man ansteckende Erkrankungen hat, dann nicht mehr ansteckend. Aber das Problem ist das Kohlendioxid. Wer kriegt den Kopfweh von den Fetzen? Wem wird es schwindelig? Wer ist schon einmal umgefallen? Wem wird es überhaupt komisch und hat Konzentrationsschwierigkeiten? Ich sage euch was, jeder Mensch bekommt das. Weil das ist die physiologische Antwort auf eine Kohlendioxidvergiftung. Wir haben Messungen gemacht, also wir, ein lieber Freund von mir, hallo Klaus, hat eine Messung gemacht, wie hoch die Kohlendioxidkonzentration in dieser Maske ist, nach wenigen Minuten. Überschreitet den Grenzwert um sechs- bis siebenfachen, binnen weniger Minuten. Also das ist kein Wunder, dass es da komisch wird. Der Grenzwert für Raumluft, laut Arbeitsinspektorat, liegt bei 0,50 Prozent. Also wenn der Arbeitsinspektor kommt und das in deinem Betrieb ist, dass ihr da eine erhöhte Konzentration habt, habt ihr dann höher. Aber dass man das unter den Masken jeder vor sich herträgt, das scheint offensichtlich egal zu sein. Naja, man schreitet zum Äußersten und schreibt dem Arbeitsinspektorat einen Brief und fragt, ja liebe Freunde, wissen Sie das jetzt eigentlich mit dieser massivsten Grenzwertüberschreitung? Wisst ihr was die Antwort war? Na uh, da sind wir nicht zuständig. Uiuiui. Was sagt uns das? Ab dem Punkt getroffene, nur getroffene Hundebellen. Und was lernen wir daraus? Das Arbeitsinspektorat ist also für seine eigenen Agenten nicht zuständig. Naja, ohne Worte. Und noch weiter zum Koldioxid. Also wie gesagt, das ist eigentlich stiftig in höherer Konzentration. Und vielleicht erinnert sich man, ich meine jetzt ist das nicht mehr so üblich, aber früher hat man das mal gemacht mit Leuten, die sich sehr aufregen. Diese Auretis, die hat man in einen Sacken atmen lassen. Und was ist dann passiert? Die haben ihr eigenes Koldioxid zurückgeatmet und sind dann ruhig geworden. Warum? Weil das eine narkotisierte Wirkung hat in höherer Dosis. Jede Ärztin, jeder Arzt, alle die im medizinischen Bereich oder auch im naturwissenschaftlichen Bereich im weiteren Sinne tätig sind. Er weiß was Hyperkapnie heißt, er weiß was CO2-Narkose heißt. Und genau das ist es, was permanent passiert, wenn man diese Masken auf hat. Erwachsene werden dadurch schon geschädigt. Aber jetzt frage ich euch, was ist mit den Kindern? Herr Faßmann, wollen Sie sich nicht einmal vor eine Schule stellen und das Ganze dann erläutern, wie das ist mit dem Koldioxid? Und ich frage euch auch, ihr Eltern, warum lasst sie die Kinder die Masken tragen? Diese Kinder werden geschädigt auf Dauer, neurogen geschädigt durch dieses Koldioxid. Und das ist ein Verbrechen und das ist noch nichts zu entschuldigen. Und das jetzt auch nicht... Und deshalb bin ich unruhig und unruhig. Und weil die Mehrheit die Lehrerinnen angesprochen hat, spreche jetzt auch die Lehrerinnen und Lehrer an. Es gibt tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die Angst vor Kindern haben, allerdings. Wisst ihr was? Und seid im falschen Beruf. Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Und für die Politikerinnen und Politiker gilt das Gleiche. Wer uns schadet, der ist in der Politik völlig fehl am Platz. und das wird auch noch Konsequenzen zeitigen, auch wenn das einflussiert werden kann. Noch abschließend zu den Masken. Also man atmet immer mit Organismen ein und aus und wenn man das in diesen Plastikfetzen einatmet, hat man eine Grundstätte für Keime, genau vor Mund und Nase. Die Dinger vermehren sich ja ohne Ende in kürzester Zeit und das atmet man dann wohl eh wieder ein auf die Steinhäute, inklusive diesem Plastikputzen, den man da auch einatmet. Und jetzt frage ich die Maskenträger, ja oder nein? Und da gibt es keine Zwischenantwort. Und dann habe ich noch eine Frage. Die Exekutivbeamten gesehen mit Masken. Ich möchte nicht hören, wir müssen, ja, was muss man schon. Ich sehe ausgewachsene Männer, in Bahrain-Bahn, wo man sieht, die kennen was, die wissen was, die sagen was, aber sie glauben zu mir, das ist mit Maske. Sagts einmal, was macht ihr, wenn einmal wirklich irgendeine Gefahr ist? Was macht ihr, wenn einmal wirklich irgendein Kreis, von der es irgendwer geschützt werden muss? Was muss sie dann, die Natasche hinstellen, in ihre 50 Kilo, müssen dann die Kinder und die Frauen oder die alten Leiters hinstellen. Was ist mit euch? Wo ist denn euer Mut? Und ich höre auch immer wieder... Ja, aber ich habe Angst, das, oder ich traue mich nicht. Wir alle haben Gedankenhunde, ja die vorgaloppieren und die sich überlegen, ja was könnte denn sein, wenn ich das und das mache. Diese Gedankenhunde mit dem Namen Angst und Trau mich nicht, die bleiben jetzt einmal am Platz und die preschen nicht nach vorn. Weil, liebe Freundinnen und Freunde, es stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Alle 9 Millionen Österreicher und das gilt für die Regierungsriege genauso wie für uns alle. Da ist kein Millimeter mehr Platz. Wer wie weh muss es denn noch tun? Wie viele Arbeitslose wollen wir denn noch haben? Wie viele Leute mit den Masken umkippen wollen wir denn noch haben? Wie viele Leute in Angst und Schrecken wollen wir denn noch haben? Und eine Politik, die Angst macht, das ist das Widerwärtigste, das es gibt und das hat es in der Zweiten Republik auch nicht gegeben. Applaus Und diese Demonstrationen, die da jetzt allen Orten stattfinden, das ist der Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem politischen System, das den Dialog verweigert. Wo sind denn die Politikerinnen und Politiker und ich fordere jetzt zum wiederholten Mal auf, stellt euch einer öffentlichen Debatte, das wird live gestreamt und das geht durchs Netz. Und da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es keine Inszenierung, da gibt es nur live Rede und Antwort. Und ich höre so viele grausliche Geschichten, vor allem aus den Schulen auch, wie die Kinder drangsaliert und fast möchte ich schon sagen, terrorisiert werden. Und die Leute wenden sich an und sagen, bitte, hilf mir, was kann ich tun? Herr Passmann, Herr Passmann, hören Sie mich? Stellen Sie sich doch einmal vor, so eine Schule oder in eine Schule und sprechen Sie mit den Eltern. Und dann stellt stets die Rede und Antwort, ob das in Ordnung ist, dass Kinder terrorisiert werden, dass alle in Angst und Schrecken versetzt werden, dass die Kinder mit den Massen geschädigt werden, dass die nicht mehr entschuldigen wollen, dass die Eltern verzweifelt sind, dass sich die Lehrer bei völlig ominösen Dingen fürchten. Herr Passmann, Sie sind verantwortlich dafür. Jetzt stellen Sie sich doch einmal hin. Applaus Ich habe die Rede des Bundespräsidenten nachgelesen in den Salzburger Nachrichten. Herr Fantapellen, die nötigen Einschränkungen im Suche der Corona-Pandemie waren leider eine Zumutung. Herr Fantapellen, Herr Fantapellen, der Sandschwerg hat völler in dem Satz, Herr Fantapellen. Diese Einschränkungen waren nicht nötig. Sie waren sogar verfassungswidrig. Applaus Es gibt nämlich keine Grund, die Grundrechte einzuschränken, dazu sind sie nämlich da. Und das ist auch keine Zumutung. Irrtum, das ist verfassungswidrig und nicht eine Zumutung. Die einzige Zumutung ist was anderes. Applaus Dann haben wir auch eine Frage gestellt, eine rhetorische. Ja, wie viel Einschränkung der Freiheit sind wir denn bereit, um die Gesundheit vor Covid-19 zu schützen? Ja, Herr Fantapellen, wissen Sie, was die Antwort ist? Null! Wir sind überhaupt nicht bereit, unsere Freiheit einzuschränken. Applaus Das richtige Augenmaß, weder in die eine noch in die andere Richtung, darf man nicht verlieren, was die Grundrechte betrifft. Jetzt lassen wir uns das einmal auf der Zunge zergehen. Grundrechte in die eine oder andere Richtung, ergänzt noch. Da gibt es keine Debatte darüber, ob diese Rechte zu viel gewährt werden oder zu wenig. Das ist eine Fragestellung, die ungeheuerlich ist. Und Herr Fantapellen, ich will es auch von Ihnen persönlich wissen, war das Absicht? Ich befürchte ja, weil Sie sind ein intelligenter, gebildeter Mensch. Wenn es nicht Absicht war, dann mag das vielleicht noch verzeihbar sein, aber dann möchte ich es auch aus Ihrem Mund hören. Aber wenn es Absicht war, dann stellen Sie sich auch öffentlich hin und sagen Sie das und diskutieren Sie das mit uns. Aber widerspruchslos hinnehmen tun wir das aber hundertprozentig nicht. Applaus Wenn ich das Wort Gesundheit höre, dann wäre ich sowieso schon gleich einmal ganz unruhend, weil es gibt kein Recht auf Gesundheit. Normalerweise hat ein Roman seine Domäne, über die er immer spricht. Ein Recht ist immer einforderbar. Also wenn man jetzt krank ist, bei wem fordert man dann sein Recht auf Gesundheit ein? Also das gibt es nicht. Es gibt aber sehr wohl ein Recht auf eine ärztliche Versorgung. Das gibt es sehr wohl. Gesundheit besteht im Übrigen nicht aus einem Wort, das eine Blase ist, die über uns alle drüber gestimmt wird. Weil ich kann euch garantieren, keiner von euch, kein einziger da ist ganz gesund. Kein einziger ist ganz krank. Aber das ist auch überhaupt nicht so wichtig. Weil es gibt ja auch noch sowas wie eine Lebensqualität. Und die Lebensqualität, die stetige Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartungen in den industrialisierten Ländern in den letzten Jahrzehnten, die ist nicht deshalb gekommen, weil wir ein Arbeitsverbot hatten, weil wir die Kinder drangsaliert haben, weil wir uns einen Maulkorb aufgesetzt haben, weil man solle Ex-Sperr-Vatern und Angst gehabt haben. Nein, das ist durch eine vernünftige gesellschaftspolitische Politik entstanden. Und über das soll ich noch vielleicht auch noch nicht. Kennt ihr das Werfen von des Kaisers Neue Kleidung? Der Kaiser will Neue Kleidung. Es ist aber kein Stoff da, aus irgendeinem Grund, um diese Kleider anzufertigen, aber alle Untertanen im Reich weben und nähen und sticken auf leeren Eppstühlen, eben die Luft. Jeder weiß, dass das schlaß ist. Jeder weiß, dass das irgendwann einmal in Scheppern wird, aber man macht es halt. Und jeder sagt, gut, das ist aber schön. Dann wird das Kleid so schön, der Kaiser schaut das an und sagt, gut, aber das ist wirklich von allerfeinsten Qualität. Und dann kommt der Tag der Anprobe und der öffentlichen Zuschaustellung. Der Kaiser geht hinaus, die Menge schreit, bo und a, und ein Kind sagt, aber der Kaiser ist ja nackt. Nicht werte Regierungsrede. Ihr seid unnackert. Das Corona-Gemann, das gibt es nicht in dieser Art und Weise. Ihr seid längst auf euren Masken ab und zeigt uns euer wahres Gesicht. Wir kennen uns eh schon. Aber was soll ich denn noch Respekt haben vor jemandem, der sich, vor den vier Heiligen, die sich hinter einer Plastikband bei der Pressekonferenz verschanzen und dort hineinschwebt, im Gleichschritt und die Maske abnehmen. Wenn es nur lächerlich wäre, war es nicht so schlimm, aber es ist ja zum Fremdschämen. Und was soll man denn mit diesen Leuten anfangen? Wenn aber jetzt wirklich eine Krise wäre oder wirklich ein Problem, braucht man dann Leute hinter einem Plastik ausstehen und sich einen Wahlkampf umbieten lassen? Nein! Eure Kunden haben sich das verliebt. Wir kommen daraus. Jedes politische Amt, jede Funktion, jedes Regime, jede Regierung hat einmal ein Ende. Wir kommen daraus. Sind wir unterwürfig? Nein! Sind wir gehorsam? Nein! Aber sicher nicht, aber die Antwort war richtig. Aber sie waren noch zu leise, weil man muss es hören. Im Gemeinderat, weiter vorne im Landtag, im Nationalrat und im Bundesrat. Also, lassen wir uns demütigen? Nein! Sind wir unterwürfig? Nein! Und die alles entscheidende Frage, das meine ich ernst, sind wir gehorsam? Nein! Danke euch, ihr seid super. Ich lasse mir keine Angst machen. Danke euch, ihr seid super. Bravo! Bravo! Vielen Dank.